Lied von der Furchtlosigkeit Es ist ein schöner November-Nuchmittag. Drei kleine Buwe klettern auf dem Podest vom Dorfbrunnen. Das Podest ist ungefähr zwei Meter hoch. Einer von denen drei voll drunter. Natürlich meiner. Das ist ein Geschrei. Laut und plärrend die ganze Hauptstraße entlang. Den ganzen Weg bis hin. Preisvorg. Wenn eine Mutter mit ihrem Kindergartenkind unterwegs ist und das Kind macht sich weh, wer ist schuld? Das Geplär hört nicht auf. Nach kurzem Nachdenken packe ich das immer noch heilende Kind und sein großer Bruder ins Auto und nix wie ab in die Notaufnahme von der Kinderklinik. In den Kreisel an der Arztausfahrt schwenke ich mit elegantem Schwung ein. Die, die schon drin sind, haben gute Bremse. Während der Fahrt wird es wimmere und heile immer leiser. Oh ne, denk ich, der kippt mir weg. Ich schieb die nächste Best-Kinder-CD ein und ruf, mitsingen alle Mann. Ein Mama und zwei Bufe krölen laut mit zu der Abenteuer von Ritter Rost im Fabelwesenwald. Einer von den zwei jammert immer mal wieder zwischenein, aber er bleibt wach. Bei der Arztparkplatz ist noch einer frei. Der nehm ich gleich und da nix wie nahe in die Notaufnahme. Die Schwester an der Anmeldung kennt mich und begrüßt mich gleich. Ah, Frau Bender, wolle sie abo? Mir ist nicht noch lachen gerad. Immerhin bin sie meinem Gleischling und legt der Arm rein. So wird das Worte auf der Arzt erträglicher. Der guckt aufs Röntgenbild und sagt gleich, das kann so nit bleibe, sonst wird der Arm krumm. Wir narkotisieren ihn jetzt und renken das wieder ein. Die meisten Kinder schlafen dennoch aber immer weiter durch die ganze Nacht. Richten sie sich mal drauf ein, dass es heut länger wird. Dann gäb's nix mehr zu do für mich. Ich sitz näher bei meinem bewusstlosen Buh und mach mal Storche. Zwei Stunden lang. Dann ist er wieder da. Die Ehe sieh noch nit auf, doch fangt er schon an zu singen. Am Anfang noch etwas vernuschelt. Lila, lächerlich. Glaubst du denn, ich fürchte mich? Nina, nimmer mehr. Komm doch, komm doch her. Das Lied vom Drache aus Ritter Rost Nee, du färchst dich nit. Das wär's ich. Ich sollt mir ein Beispiel nimmer an deiner Furchtlosigkeit. Dann ist er. Untertitelung des ZDF, 2020